Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Kabinett will Medikamente schneller zulassen. Ein Schritt in Richtung Gesundheitsinnovation. Geschrieben von Anita Farke, Journalistin. Das Bundeskabinett prüft gegenwärtig Maßnahmen, um die Zulassungsprozesse für Medikamente zu beschleunigen. Ziel ist es, Patienten schneller den Zugang zu neuen und fortschrittlichen Behandlungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Die Bewegung folgt auf lautstarke Forderungen von Medizinern, Gesundheitspolitikern sowie Patientenverbänden, die eine Reform der aktuell langwierigen und komplexen Prozesse beanspruchen. Verkürzung der Zulassungsverfahren. Unter den vorgeschlagenen Änderungen steht die Senkung der bürokratischen Hürden im Vordergrund, was die Zeitspanne zwischen der Entdeckung eines Medikaments und seiner Zulassung erheblich verkürzen könnte. Die Bundesregierung beabsichtigt, die wissenschaftliche und technische Expertise des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, BFRM, und des Paul-Ehrlich-Instituts zu stärken, um die Bewertung und Zulassung von Medikamenten zu optimieren. Schnellere Medikamentenzulassung und Risiko Die beschleunigte Zulassung von Medikamenten ist jedoch nicht frei von Kontroversen. Kritiker argumentieren, dass eine überhastete Zulassung das Risiko von Nebenwirkungen erhöhen könnte, die in klinischen Studien nicht erkannt wurden. Die Bundesregierung betont jedoch, dass Sicherheit weiterhin oberste Priorität haben wird und dass keine Kompromisse bei der Überprüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von Medikamenten gemacht werden. Auswirkungen auf die Gesundheitsbranche Die beschleunigte Zulassung kann weitreichende Auswirkungen auf die pharmazeutische Industrie und die Gesundheitsversorgungsbranche insgesamt haben. Es könnte die Einführung von innovativen Behandlungen beschleunigen und einen positiven Einfluss auf die Qualität der Patientenversorgung haben. Darüber hinaus könnte es das Interesse an Forschungs- und Entwicklungsinitiativen in der pharmazeutischen Industrie erhöhen. Diese Maßnahmen setzen ein starkes Signal für die Beschleunigung der Gesundheitsinnovation in Deutschland. Inwiefern sie dazu führen werden, dass Patienten schneller Zugang zu notwendigen Medikamenten erhalten, wird jedoch erst die Zukunft zeigen. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.